Seit 1965 ist Frank der Experte für nachhaltige Rohsysteme, Armaturen, Behälter und Halbzeuge aus thermoplastischen Kunststoffen. Zusätzlich liefern wir hochwertige Kunststoffschweißtechnik, innovative Systeme zur Erdwärmenutzung und Geobaustoffe. Zur Frank-Gruppe gehören 11 Unternehmen mit 600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Agro-Frank produziert extrudierte Rohre in allen gängigen Größen bis D800 aus PE, PP und PEX A sowie aus Rohr geformte Bögen. Die Frank-Kunststofftechnik ist spezialisiert auf Wickelrohre bis DN3500 aus PE und PP, aus denen wir Sonderbohrwerke in XXL nach Kundenwunsch fertigen. Am Standort Bautzen produzieren wir Kabelschutz, Kanal- und Bewässerungsrohre sowie Erdwärmesonden und Belüftungsrohrsysteme. Mit Mut, Energie und viel Können verwirklicht unser Team alles Machbare aus Kunststoff in Top-Qualität. Wir forschen und entwickeln zusammen mit unseren Partnern und namhaften Hochschulen immer weiter an zukunftsweisenden und nachhaltigen Lösungen. Wir übernehmen Verantwortung für die Zukunft und handeln nachhaltig und umweltbewusst. So nutzen wir zum Beispiel eigene Regranulierungsanlagen bei der Rohstoffaufbereitung, fertigen auf effektiven Maschinen und heizen unsere Büros mit Geothermie. Den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte gestalten wir so effizient und umweltverträglich wie nur möglich. Mit unseren PV-Anlagen erzeugen wir so viel Strom, dass wir den Jahresbedarf einer Gemeinde mit 2430 Einwohnern abdecken könnten. 2017 haben wir begonnen, Kunststoffe aus dem dualen System zu hochwertigen Kabelschutzrohren wieder zu verwerten. Bis Ende 2030 sollen es mindestens 84.000 Tonnen werden. Untertitelung des ZDF, 2020